Juhu! 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 Herzlich willkommen zu den Wiesen Champions 2015. Der Erste bekommt vier Punkte, der Zweite drei, der Drittel zwei und der Letzte immerhin noch einen Punkt. Einer. Zwei. Der passt. 2-60 München. Sensationell. Man muss ein Gefühl haben. Der Hahn muss gut sitzen und man muss aber schon einen kräftigen Schlag machen, damit der Hahn auch dann fest im Fass sitzt. Maskrugscheiben. Das ist der Rekagemacher von den Löwen beim Maskrugschirm. Und der kommt gut. Der kommt gut. Ihr dürft noch Herzei draufmalen. Wichtig ist, dass draufsteht. Gruß vom Oktoberfest. Michael Dietl, grüß dich. Gibt's das bei euch in Österreich auch noch, ok? Den einen oder anderen Nagel habe ich schon mal, ich bin jetzt zwar nicht der Heimwerker-König, aber wir in Österreich haben das auch schon das eine oder andere mal gemacht. Der Wiesn-Champion 2015. Gratulation am 1860 München.